Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6.966 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Warte auf mich. Ich muss erst etwas trinken. Dann bin ich gleich bei dir. Warte auf mich. Ich muss erst etwas trinken. Dann bin ich gleich bei dir. Warte auf mich. Ich muss erst etwas trinken. Dann bin ich gleich bei dir. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. Ich trinke noch eben meinen Kaffee aus und bin dann in 10 Minuten bei dir. Ich trinke noch eben meinen Kaffee aus und bin dann in 10 Minuten bei dir. Ich trinke noch eben meinen Kaffee aus und bin dann in 10 Minuten bei dir. Er hat mir ein großes Geschenk gemacht, obwohl ich nicht immer nett zu ihm war. Er hat mir ein großes Geschenk gemacht, obwohl ich nicht immer nett zu ihm war. Können Sie mir kurz Ihre Krankengeschichte erzählen? Können Sie mir kurz Ihre Krankengeschichte erzählen? Können Sie mir kurz Ihre Krankengeschichte erzählen? Lehrerinnen und Lehrer unterstützen Schüler beim Lernen. Sie vermitteln Wissen, Fertigkeiten und Werte. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen Schüler beim Lernen. Sie vermitteln Wissen, Fertigkeiten und Werte. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen Schüler beim Lernen. Sie vermitteln Wissen, Fertigkeiten und Werte. Und gib uns bitte ein Like. Aber ich lache. Untertitelung des ZDF, 2020